Willkommen bei der achten Staffel bei Aktienfieber mit dem Thema Bargeld los zum Bargeld. Dies sind die Kontrahenten, die sich hier den Schlagabtausch liefern und wir sind noch gerade bei den Einzelanalysen und heute geht es um die Mastercard, diese wurden 1966 gegründet. Wir schauen zuerst auf das Firmenprofil, also was die Firma überhaupt macht, wie sie ihr Geld verdient, dann die operative Stärke, die finanzielle Stabilität und natürlich auch die Auswertung mit Bepunktung. Wir wollen ja auch einen Wert, mit dem dann die Mastercard in das Finale startet. Wir sind aber keine Anlageberatung, deshalb stellt das hier auch keine Kaufempfehlung dar oder auch Empfehlungen zum Verkauf von Wertpapieren und natürlich können wir keine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit der Daten geben. Wir wünschen euch viel Spaß! Kommen wir noch zum Chef von Mastercard und dieser heißt Ayapal Singh Banga und ist seit 2010 der CEO. Er stammt aus Indien, konnte dort auch die ersten Erfahrungen sammeln, unter anderem bei Nestle im Junior-Management und ist dann zu Pepsi gewechselt. Damals war ja noch Pizza Hut und KFC unter Pepsi Co. und dort hat er eben das Geschäft für den indischen Markt quasi vorbereitet und hat dies geleitet und ist dann aber später in die Finanzwirtschaft, unter anderem zur Citigroup. Hatte dann 2005 übrigens auch die Leitung des internationalen Finanzgeschäftes der Citibank inne und ist dann eben im Anschluss zu Mastercard gewechselt, natürlich mit dem Auftrag eben Marktanteile von Visa zu erobern. Er ist auch ein Mensch, der bei einigen Gremien den Vorsitz hat, unter anderem beim US-India-Business-Consul, bei dem eben über 300 große internationale Firmen sind, die eben in Indien investieren. Er ist auch Vorsitzender der Internationalen Handelskammer seit 2020 und ist auch im beratenden Ausschuss des Präsidenten für Handelspolitik und Verhandlungen, als wurde damals von Barack Obama dazu berufen. Auf jeden Fall doch ein recht erfahrener Mann. Wenn wir mal auf Mastercard schauen, muss hier dazu gesagt werden, dass Mastercard hier ein reines Lizenzgeschäft betreibt, also absolut vergleichbar mit Visa und im Gegensatz zu American Express und Paypal keine Risiken trägt. Also zumindestens was den Endkunden betrifft und hier ist natürlich ein Riesenvorteil für Mastercard und natürlich auch Visa, da das Risiko bei dem Transaktionsgeschäft letztlich bei der Bank liegt. Also diese vergeben lediglich einerseits die Kreditkarten, also die Lizenzen für die Kreditkarten, die Bank muss sie dann selbst ausgeben oder eben Lizenzen für die Anwerbung von Vertragsunternehmen, also die Akquise quasi. Aber sonst ist eben hier kaum ein Risikofaktor und die Margen natürlich von so einem Geschäft sind auch recht hoch, da eben hier auch kaum Produktionskosten und ähnliches anfallen. Der Umsatz nach Region ist hier auf jeden Fall auch ziemlich US-lastig mit 33%, allerdings 67% eben im Rest der Welt zu finden. Diese Übersicht habe ich übrigens von marketscreener.com. Aber schauen wir mal hier auf die Karten und ähnlich wie bei Visa und American Express gibt es hier verschiedene Unterscheidungen. Einerseits natürlich die Standardkarte von Mastercard und dann eben die Aufwertungen in Gold und Platinum und die sind eben je nach Kreditinstitut, mit dem hier verhandelt wurde, eben unterschiedlich ausgehandelt an Gebühren beziehungsweise an Kreditrahmen auch und Serviceleistungen, die dazukommen. Und es gibt hier auch noch die World Elite Mastercard, also dieses natürlich quasi die Deluxe-Edition, die aber auch so ziemlich jeder andere rausbringt. Also bei Visa war das ja ähnlich und auch bei American Express. Aber interessant finde ich hier persönlich auch die Mastercard Prepaid, bei dem man eben hier aufladen kann. Also die funktioniert als Debitkarte quasi. Die lädt man auf und kann die dann eben verbrauchen. Und man kann hier keinen Kreditrahmen überziehen quasi. Und seit August 2019 ist auf jeden Fall bekannt geworden, dass Mastercard einen Teil von Concades für knapp 3 Milliarden Euro übernimmt, was hier auch recht interessant ist. Das ist ein deutscher Finanzdienstleister. Also hier wurde auf jeden Fall auch viel Geld in die Hand genommen. Also wen das interessiert, würde ich hier mal empfehlen, mal zu recherchieren. Hier erweitert auf jeden Fall Mastercard nochmal sein Portfolio. Die Debit Mastercard ist natürlich hier quasi die Standardausführung, also quasi die Debitkarte, die so ziemlich jeder in seinem Portemonnaie hat. Bloß eben jetzt hier von Mastercard herausgegeben. Letzten Endes ist es hier eben der Unterschied, habe ich ja bei Visa schon mal erklärt, ist die Debitkarte quasi direkt vom Konto, von dem Vertragskonto eben die Transaktion erledigt. Und hier kein Kreditrahmen existiert, sondern eben komplett alles über das Transaktionskonto stattfindet. Während bei einer Kreditkarte, die herausgegeben wird, eben einmal im Monat quasi eine Abrechnung stattfindet. Und bis zu dem Zeitpunkt kann man eben bis zur Ausschöpfung des Kreditrahmens hier eben einkaufen. Das ist so ziemlich auch der Unterschied. Schauen wir uns mal die operative Stärke an und beginnen mit dem Umsatz der letzten zehn Jahre und die Erwartungshaltung von Marketscreener.com für die nächsten drei, also inklusive dem aktuellen Geschäftsjahr 2020. Und wir sehen eine ordentliche Steigerung des Umsatzes. 2020 soll das Ganze wieder mal etwas rückläufiger sein, aber auch hier wohl gut zu erklären, auch durch den ganzen Corona-Lockdown, beziehungsweise der Tatsache, dass hier auch weniger Transaktionen stattgefunden haben dieses Jahr. Aber das soll auch schnell wieder sich erholen, wie man hier sieht, und der Aufwärtstrend soll fortgeführt werden. In Prozent gerechnet sehen wir hier, dass die meisten Jahre auch wirklich viel gesteigert werden konnte, also über zehn Prozent auf jeden Fall. Und 2020 hier eben ein Minus von knapp sieben Prozent eben. Aber das Ganze soll wieder auf Hochtouren weiterlaufen, also 12,89 Prozent im Schnitt von den letzten zehn Jahren und 9,03 für die Prognose. Dafür geben wir für beide volle Punktzahl. Die Bruttomarge ist bei 100 Prozent, da keine Produktionskosten angegeben wurden, beziehungsweise keine angefallen sind. Dafür gibt es natürlich die volle Punktzahl. Und die operative Marge ist natürlich, wenn man alle anderen Kosten abzieht, wie eben zum Beispiel Verwaltungskosten und Forschungskosten und Ähnliches. Wir kommen hier auf eine sehr hohe Marge, über 50 Prozent und auch recht stabil. Also hier natürlich auch volle Punktzahl. Die Gewinnkontinuität ist bei Mastercard auch gegeben. Also wir haben kein einziges Verlustjahr dabei und auch die Prognose soll dahingehend laufen, dass dieser Aufwärtstrend beibehalten wird. Auch hier volle Punktzahl. Die Gewinnsteigerungsraten, die seht ihr hier. Also auch hier wurde die meisten Jahre hinweg sehr viel an Gewinnsteigerung ausgewiesen. Also auch 2020 soll das zwar etwas rückläufig sein, aber wie wir schon an dem Diagramm vorher gesehen haben, ist das kaum bedrohlich. Also 19,3 Prozent ist der Schnitt der letzten zehn Jahre und 10,18 die Prognose. Dafür gibt es natürlich die volle Punktzahl. Der Gewinn pro Aktie konnte hier auch gut gesteigert werden die letzten Jahre. Dementsprechend auch hier volle Punktzahl. Die Abschreibungen zum Umsatz sind hier von 2011 auf 12 rasant angestiegen, bewegen sich aber hier nun auf ein recht stabilem Niveau. Wir geben hier mal die Hälfte der Punkte. Der Free Cashflow zum Umsatz, dieser läuft in einem sehr hohen Niveau, also über 35 Prozent in den meisten Jahren. Das ist natürlich ordentlich. Wir geben volle Punktzahl. Der Return on Assets ist hier auch in einem sehr vernünftigen Rahmen, also über 10 Prozent in den meisten Fällen. Und 13,7 ist jetzt der Schnitt. 2019 lag er bei 13,21. Das ist ordentlich und dementsprechend volle Punktzahl. Die Eigenkapitalrendite ist hier auch in einem recht hohen Niveau, also 21,24 Prozent im Schnitt und 21,29 im Jahr 2019. Also das ist okay und sehr gut. Volle Punktzahl. Schauen wir mal auf die finanzielle Stabilität. Und wenn wir hier genauer hinsehen, finden wir ein Eigenkapital von nur 20 Prozent. Also da können wir schon mal keine Punkte geben. Schauen wir mal genauer hin. Und hier erstmal die Gesamtverschuldung, die vorliegt. Und hier ein Riesenanteil an Treasury Stocks, also die Aktien, die quasi zurückgekauft wurden und in der Bilanz nun das Eigenkapital drücken. Also diese wurden nicht vernichtet, sondern sind jetzt in der Bilanz vorhanden und zwar in einem riesigen Umfang. Wie man hier sieht, das Eigenkapital hier dargestellt. Wenn man das hier dazurechnen würde, sieht das natürlich schon ganz anders aus in der Bilanz. Da muss natürlich jeder selbst wissen, was er davon hält. Man muss es bloß erstmal wissen. Schauen wir mal auf die Verschuldung. Und hier erst die kurzfristigen Verschuldungen, die eben zum nächsten Geschäftsjahr wieder getilgt werden müssen. Und die langfristigen, diese sind 2019 nun in einem recht ausgewogenen Verhältnis. Allerdings ist die Menge an kurzfristigen Verbindlichkeiten enorm hoch. Wir geben hier mal die Hälfte der Punkte. Die kurzfristigen Vermögenswerte sind hier in einem sehr hohen Niveau. Also hier auf jeden Fall volle Punktzahl. Der einbehaltene Gewinn, also die Gewinnreserven, laufen hier ins Negative. Und das ist natürlich etwas, wo ich persönlich etwas bedrohlich finde. Also dementsprechend hier auch keine Punkte. Die Ausschüttungen sollten unter dem Free-Cash-Flow-Niveau liegen. Also schauen wir mal erstmal auf dem Free-Cash-Flow. Und hier sehen wir Dividendenzahlungen, die auch konstant gesteigert wurden. Und Aktienrückkäufe. Und hier wird es natürlich etwas knapp mit der Rechnung. Wir liegen hier in dem Schnitt 82,43%. Und 2019 bei 103,5%. Also vom Free-Cash-Flow wurden ausgeschüttet. Und dementsprechend ist das schon sehr, sehr grenzwertig. Also bei unserem Schema sollte unter 75% ausgeschüttet werden. Hier liegen wir natürlich deutlich darüber. Und 2019 sogar mit 103% mehr, wie vorhanden war. Also dementsprechend hier auch keine Punkte. Der Goodwill zum Eigenkapital ist hier die letzten Jahre auch ziemlich angestiegen. 91,9%. Also das gibt natürlich hier auch keine Punkte unsererseits. Und schauen wir mal auf die Verschuldung. Hier existierten Cash-Bestände von 8,26 Milliarden US-Dollar und einer Finanzverschuldung von 8,527 Milliarden. Das macht also 267 Millionen US-Dollar an Netto-Finanzverschuldung. Und schauen wir jetzt mal auf die Kennzahlen. Zum einen hier das Fremdkapital geteilt durch den EBIT mal 4. Also schafft es die Firma in vier Jahren mit seinen operativen Einnahmen, das Fremdkapital zu tilgen. Und hier kommt 0,6 heraus. Das ist auf jeden Fall gut. Also sie würden das definitiv schaffen. Das Current Ratio liegt auf 1,42. Es existieren also mehr kurzfristige Vermögenswerte wie Verbindlichkeiten. Allerdings noch nicht in einem stabilen Niveau. Also wir geben hier die Hälfte der Punkte. Das Gearing liegt bei 0,05. Also hier wird die Netto-Finanzverschuldung mit dem Eigenkapital verrechnet. Und dieser Wert ist sehr niedrig. Hier würden sogar viele Analysten sagen, Mensch, da kann die Firma definitiv mehr Schulden aufnehmen, um quasi den Leverage-Effekt mehr zum Geltung kommen zu lassen, also mehr zu hebeln. Aber hier geht es ja um Stabilität, daher volle Punktzahl. Der dynamische Verschuldungsgrad liegt mit 0,04, auch sehr niedrig. Volle Punktzahl. Und der Anlagedeckungsgrad liegt bei 0,48. Dafür gibt es auch die volle Punktzahl. Kommen wir nun noch zur Auswertung, aber stopp, lasst ruhig mal ein Gefällt mir da, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich ein Abo, um den Kanal zu supporten und um kein Video mehr zu verpassen. Wir sind übrigens auch auf Facebook und Instagram zu finden, also wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen oder einfach um die Sache zu unterstützen, drückt auch mal hier auf Abonnieren. Wir würden uns freuen. Mastercard hat bei der operativen Stärke sehr punkten können, also bis auf die Abschreibungen konnten sie jeden Punkt mitnehmen. 97% macht das aus, bloß die finanzielle Stabilität. Hier habert es, die Fremdkapitalquote ist sehr hoch, es fehlen die Gewinnreserven und die Ausschüttungen laufen auch über dem Free-Cash-Flow-Niveau. Das Goodwill ist auch in einem sehr bedrohlichen Ausmaße, also im Verhältnis zum Eigenkapital, letzten Endes 40%. Wenn wir das alles zusammenrechnen, kommen wir auf 49 von 68 Punkten. Damit startet Mastercard mit 72% ins Finale. Also das wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Das Finale startet übrigens am Freitag und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.